Baby-Bäuchlein? Fans spekulieren über Kim Gloss und Traute X27, in Star-Post. Zeigt Kim Gloss, 25, hier ihren Babybauch? Die Mutter einer kleinen Tochter will auf jeden Fall noch einmal Mama werden. Das verrät sie pro Miflas bereits im Februar 2017. Allerdings hat die ehemalige DSDS-Teilnehmerin bis dahin noch einiges vor, viel Reisen mit Schatz Alexander Beliakien und natürlich heiraten. Jetzt wollen Fans jedoch eine verräterische Wölbung bei entdeckt haben. Kommt der Nachwuchs etwa durch der Hochzeit zuvor? Auf einem aktuellen Instagram-Pick posiert in Leggings und einem eng anliegenden Pullover-Kleid vorm Spiegel. Was einigen Followern er dabei sofort ins Auge sticht, der Bauchtext-Dschungel-Kamp-Teilnehmerin. Bist du schwanger? Und ich glaube auch schwanger wird kommentiert. Und tatsächlich, man könnte eine Mini-Baby-Kugel vermuten oder handelt es sich hierbei nur um einen vollgegessenen Bauch? Auf Promiflas-Anfrage will Kims Management keine Stellung zu den süßen Spekulationen nehmen. Es ist bereits Mama der kleinen Amelia, 4. Zusammen mit Ex-Freund, Schauspieler Rocco Stark, 31, freute sie sich im Februar 2013 über ihr erstes Kind. Knapp drei Monate später trennte sich das Paar. Ihre Beziehung zu Luxus-Autohändler Alex machte die Baauti im April 2016 öffentlich. Was meint ihr ist schwanger? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab. cognierde dich in der Tür im blewst dying. Und dann ist er